Hallo und schön, dass du bei unserem neuen Video dabei bist. In unserem neuen Video wirst du vier weitere Tipps kennenlernen, die du bei einer Rückeroberung zwingend kennen musst, sodass sich dein oder deine Ex nicht noch weiter von dir distanziert. Schaue dir also dieses Video bitte bis zum Ende an und mache direkt danach unseren kostenlosen Ex-Zurück-Test. So, jetzt geht's aber los mit dem Video. Liebeskummer – vier Tipps, wie du damit umgehen musst. Tipp 1. Jammern, klagen und schreien hilft über den Liebeskummer hinweg. Wenn du unter Liebeskummer leidest, wird niemand von dir erwarten, dass er innerhalb von wenigen Stunden verflogen ist und du dich in eine Vielzahl neuer Projekte stürzt. Deine Freunde kennen dich und vermutlich auch die Geschichte hinter deinem Liebeskummer. Ein erster wichtiger Schritt ist es deshalb, dich ihnen anzuvertrauen. Bei ihnen kannst du ohne schlechtes Gewissen jammern, klagen oder auch einmal schreien. Denn wirklich über den Liebeskummer kommst du nur dann hinweg, wenn du deine Gefühle zulässt. Und dazu gehört nun mal auch die Trauer über das, was verloren gegangen ist. Deine Freunde können dir außerdem dabei helfen, die Situation ein wenig objektiver zu sehen. Das mag im ersten Moment nicht allzu angenehm sein, hilft dir aber auf die Dauer. Denn weder war alles gut, noch war alles furchtbar schlecht. Andererseits können deine Freunde dann einschreiten, wenn du auch nach Wochen noch permanent am Jammern, Klagen oder Weinen und Schreien bist. Denn manchmal befinden wir uns in einem Loch, aus dem wir alleine nicht herausfinden. Ob das bei dir der Fall ist, kannst du vielleicht gar nicht sehen. Deine Freunde hingegen schon. Allerdings nur dann, wenn du dich ihnen auch mitteilst. Denn auch wenn sie dich gut kennen und dir ansehen können, wie du dich fühlst, deine Gedanken können sie nicht lesen. Manchmal hilft es auch, einfach auf den anderen zu schimpfen. Hast du dich später wieder ein wenig gefangen, kannst du die ganze Situation natürlich auch in einem neutraleren Licht betrachten. Aber das Schimpfen hilft dabei, die Anspannung aus der Situation zu nehmen. Gegen Liebeskummer hilft manchmal auch das wortwörtliche Schreien. Das hilft natürlich nicht auf Dauer, aber temporär. Denn dadurch wird die Anspannung, die auf dir lastet, gelöst und der Stress, dem dein Körper und deine Psyche ausgesetzt sind, wird minimiert. Deshalb gibt es für besondere, belastende Situationen auch sogenannte Schreitherapien. Wenn du zur Miete in einem Mehrfamilienhaus wohnst, empfiehlt es sich allerdings, an einen abgelegeneren Ort zu gehen oder in ein Kissen zu schreien. Ansonsten können sich die Nachbarn Sorgen machen, was wiederum zu peinlichen Momenten führen kann. Und die werden im Zusammenhang mit dem bestehenden Liebeskummer auf keinen Fall gebraucht. Falls du das Gefühl hast, dich niemandem anvertrauen zu können oder falls es dir schwerfällt, über deine Gefühle zu sprechen, dann schreib sie auf. Das ist nicht ganz dasselbe, da das Blatt Papier nicht mit dir reden kann. Aber es hilft trotzdem dabei, dass du die Gedanken aus deinem Kopf hinausbekommst. Du musst dir das, was du aufgeschrieben hast, später keinesfalls erneut durchlesen. Es verschafft dir auch so eine gewisse Erleichterung. Deshalb ist das Führen eines Tagebuchs auch im digitalen Zeitalter noch so beliebt. Wenn du deinen Liebeskummer niederschreibst, verschwindet er dadurch nicht automatisch. Aber es ist, wie wenn du darüber sprichst. Der Schmerz klingt langsam ab und du kannst dich wieder auf andere Dinge und auch auf dich selbst konzentrieren. Wichtig dabei ist allerdings, dass du irgendwann das Jammern, Klagen und Weinen einstellen kannst. Vor allem aber auch die Sehnsucht nach dem Vergangenen. Nur so schaffst du es, in der Gegenwart zu bleiben und dich auf den Moment zu konzentrieren. Liebeskummer hält sich dann besonders hartnäckig, wenn deine Gedanken sich immer und immer wieder um das Thema drehen. Das kann der Ärger über die neue Situation sein, die Wut auf den verflossenen Partner oder auch die Sehnsucht nach den gemeinsamen Stunden. Kreisen deine Gedanken nur darum, dann ist es besonders schwierig, mit dem Liebeskummer umzugehen. Eine gute Strategie ist es deshalb, die erste Trauerphase zu überstehen und anschließend mit einer Neuausrichtung zu beginnen. Besonders in langjährigen Partnerschaften werden zahlreiche Kompromisse eingegangen. Das ist ganz natürlich und auch gut für das Zusammenleben. Die gemeinsame Arbeit an der Beziehung hat dich aber vielleicht davon abgehalten, einmal darüber nachzudenken, was genau du eigentlich willst. Was wünschst du dir in deinem Leben? Gibt es neue Dinge, die du lernen willst? Vielleicht eine neue Fremdsprache oder eine bestimmte Kampfsportart? Wolltest du schon immer einmal auf dem Jakobsweg quer durch Spanien laufen? Vielleicht weißt du genau, was du willst und hast nun die Zeit dazu, einige dieser Ziele zu verwirklichen. Vielleicht weißt du aber auch gar nicht so genau, wo du eigentlich hin willst. Je stressiger der Alltag ist und je kürzer die Zeit ist, in der wir uns mit uns selbst beschäftigen, desto seltener wissen wir genau über uns selbst Bescheid. Stattdessen schwimmen wir mit dem Strom und leben von einem Moment zum nächsten. Das ist erst dann schlimm, wenn wir eines Tages unseren Partner aus heiterem Himmel vorwerfen, dass er uns an der Verwirklichung unserer Ziele gehindert hat. Deshalb kannst du die Zeit zwischen der alten und einer neuen Liebe dazu nutzen, erst einmal herauszufinden, was du willst. Auch welche persönlichen Eigenschaften dir gut gefallen und an welchen du gerne arbeiten möchtest. Vielleicht regst du dich besonders schnell über Kleinigkeiten auf und möchtest es selbst gerne ändern. Dann ist jetzt auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt dafür. Außerdem lenkst du deine Aufmerksamkeit auf das, was du wirklich ändern willst, nämlich deine eigenen Ziele und deine Handlung. So lebst du stärker in der Gegenwart, anstatt dir ausschließlich Gedanken über die Vergangenheit zu machen. Das gibt dir neuen Aufschwung. Du siehst, dass du deine Ziele erreichen kannst. Du lernst viel dazu und entwickelst dich weiter. Durch die vielen kleinen und großen Erfolgserlebnisse siehst du die Welt gleich in einem ganz anderen Licht. Und auch wenn du dich hin und wieder an die schönen gemeinsamen Zeiten erinnern solltest, lasten sie nicht mehr so schwer auf deinen Schultern. Durch die Arbeit an dir selbst schaffst du außerdem die Dinge nicht zu verklären. Das heißt, du siehst, wo deine eigenen Fehler und wo die deines Partners lagen. Du siehst außerdem, dass nicht immer alles nur unendlich romantisch war. Stattdessen kannst du sowohl die guten und die schlechten Seiten betrachten und aus ihnen lernen. Und mit jedem neuen Schritt hat der Liebeskummer weniger Macht über dich und deine Gefühle. Tipp 3 Neue Rituale helfen gegen Liebeskummer Rituale sind ein fester und wichtiger Bestandteil für viele Menschen. Manche Rituale laufen unbewusst ab, wie der morgendliche Gang zur Kaffeemaschine. Andere feiern wir bewusst, beispielsweise deinen wöchentlichen Gang zum Lieblingsitaliener. Wenn du das Gefühl hast, durch den Liebeskummer deinen Halt verloren zu haben, dann können dir neue Rituale wieder ein Mehr an Stabilität bieten. Natürlich bedeutet das nicht, dass du deinen Tag minutiös durchtakten sollst, wobei manche Menschen einen solchen Lebensstil genießen. Ob du selbst dazu gehörst, weißt du nur allein. Prinzipiell steht das Treffen alter Freunde oder der langen Sonntage im Bett einem neuen Ritual keineswegs im Wege. Vielleicht entwickeln sich diese Dinge, die während einer Beziehung zu kurz gekommen sind, zu neuen Ritualen, statt nur hin und wieder nachgeholt zu werden. Nachdem du genügend deiner Zeit darauf verwendet hast, deinen Liebeskummer durchzustehen, macht dich daran, neue Rituale einzuführen. Wofür hat dir in der Vergangenheit schlicht und einfach die Zeit gefehlt? Genießt du es, deine Freunde regelmäßig im Café zu treffen? Liebst du es, jeden Montagabend ins Kino zu gehen? Oder hast du eine lange Liste an Büchern, die du unbedingt lesen willst? Vielleicht wolltest du auch schon seit Jahren einen Kurs im Fitnessstudio besuchen oder den Zeichenkurs an der Volkshochschule. Wenn dir diese Dinge Spaß machen, dann tun sie dir gut. Und damit sind sie genau das Richtige, um über den hartnäckigsten Liebeskummer hinweg zu helfen. Meistens sind es Gewohnheiten, die einen gewissen Symbolgehalt besaßen, die im Nachhinein zu fehlen scheinen. In diesem Fall können sie zu deinem Liebeskummer beitragen. Der gemeinsame Gang zum Bäcker oder der Abend in der gemeinsamen Lieblingsbar gehören der Vergangenheit an. Und so besonders der Bäcker war oder so angenehm die Stimmung in der Lieblingsbar, mit einer Freundin oder einem Freund wird es nicht dasselbe sein. Das bedeutet nicht, dass der Bäcker oder die Bar nie wieder aufgesucht werden sollten. Besonders am Anfang lohnt es sich aber, neue Lieblingsplätze zu finden. Diese stehen dann nicht in direkter Verbindung mit der verflossenen Liebe, sondern gehören dir allein. Ist dein Liebeskummer besonders hartnäckig, dann kann es helfen, wenn du feste Termine vereinbarst. Besonders geeignet sind dazu Termine, die du nicht absagen kannst. Beispielsweise besagter Kurs an der Volkshochschule. Den Kurs hast du bezahlt und er wird stattfinden, egal ob du erscheinst oder nicht. Deshalb ist es für viele Menschen einfacher, sich zu einem solchen Termin aufzuraffen, als zu einem Treffen mit guten Freunden. Denn das Treffen mit guten Freunden kann man ohne schlechtes Gewissen verschieben und sich stattdessen einen traurigen Liebesfilm im Fernsehen ansehen. Falls du keinen Kurs besuchen möchtest, sondern lieber deine Freunde sehen willst, lade sie zu einem gemeinsamen Brunch bei dir ein. Oder verabrede dich mit einer einzigen Freundin zu einem Kinofilm. In diesem Falle ist die Hemmschwelle, die Verabredung abzusagen, geringer, als wenn man sich in einer großen Gruppe trifft. Die neuen Erlebnisse oder die gemeinsame Zeit mit Freunden hilft dabei, den eigenen Fokus auf etwas anderes als den Liebeskummer zu richten. Und je öfter du wahrnimmst, wie schön das Leben sein kann, desto leichter fällt es dir, über deinen Kummer hinwegzukommen. Tipp 4. Achte auf dich selbst und auf deinen Körper und besiege so den Liebeskummer. So hart es anfänglich auch klingen mag, deinem Körper ist dein Liebeskummer egal. Die evolutionsbedingten Prozesse im Körper überprüfen, ob ausreichend Nahrung, Trinken und Schlaf vorhanden ist. Ist das nicht der Fall, schaltet dein Körper auf den Notfallmodus um. Von Liebeskummer oder Herzschmerz weiß dieser Teil des Körpers nichts. Wenn du unter Liebeskummer leidest, dann hast du vielleicht das Gefühl, dass du nichts Essbares mehr sehen kannst. Du hast auch keinen Durst und dein Schlaf ist erst recht nicht zu denken. Denn während du im Dunkeln liegst und versuchst einzuschlafen, kommen dir all die schmerzhaften Gedanken wieder in den Sinn. Das bedeutet Stress für deinen Körper. Je ausgeprägter dieser Stress ist und je länger er anhält, desto stärker wird die Ausschüttung bestimmter Hormone, die schnell dazu führen, dass du emotional weniger belastbar bist. Gerade bei Liebeskummer hilft dir das nicht weiter. Du willst dem Liebeskummer den Kampf ansagen? Dann ist es besonders wichtig, dass du auf dich selbst und deinen Körper achtest. Hast du vor Kummer keinen Hunger, solltest du trotzdem immer wieder eine kleinere Mahlzeit zu dir nehmen. Auch ein Snack zeigt deinem Körper, dass aktuell keine Lebensmittelknappe vorherrscht. Besonders gut eignen sich Lebensmittel, die sich positiv auf deine Stimmung auswirken. Dazu zählt prinzipiell alles, was die Produktion des Glückshormons Serotonin ankurbelt. Auch magnesiumreiche Lebensmittel sind in solchen Situationen förderlich und die gelten nicht umsonst als Nervennahrung. Bananen, Nüsse, Avocado oder Vollkornprodukte wären die gesunden Alternativen. Und natürlich dunkle Schokolade. Genauso wichtig ist, dass du darauf achtest, ausreichend zu trinken. Dein Körper braucht das Wasser, da er zu einem großen Teil daraus besteht. Außerdem kann bei Liebeskummer durch Tränen einiges an Wasser verloren gehen. Natürlich ist Wasser am besten geeignet. Aber auch warme Getränke helfen. Sie erzeugen in erster Linie Geborgenheit. Nicht umsonst wird Menschen, die Kummer haben, intuitiv ein heißes Getränk angeboten. Was du allerdings nicht trinken solltest, egal wie flüssig es auch sein mag, ist übermäßig viel Alkohol. Denn Alkohol kann dazu führen, dass deine Gefühle vermehrt auf dich einstürzen und dich so noch tiefer in den Liebeskummer hineinziehen. Auch Sport ist ein gutes Mittel gegen Liebeskummer und kann dir dabei helfen, ihn zu überwinden. Natürlich mag Sport erst einmal weniger ansprechend wirken, als bei Herzschmerzmusik eingekuschelt auf dem Sofa zu liegen. Aber Sport fordert den Körper und den Geist gleichermaßen. Denn während du darauf konzentriert bist, die letzten Wiederholungen durchzuziehen, kannst du schon einmal nicht über deine Sorgen nachdenken. Zusätzlich fühlst du dich wohler in deinem Körper, da beim Sport Hormone ausgeschüttet werden. Deshalb fühlst du dich danach auch energiegeladen und glücklich. Wenn du auf deinen Körper achten möchtest, zählt auch ausreichend Schlaf dazu. Zwischen sieben und neun Stunden sollte idealerweise pro Nacht geschlafen werden. Solange schläfst du auch sonst nicht, dann solltest du es einmal ausprobieren. Denn während du schläfst, kann dein Körper sich erholen und dein Gehirn die verschiedenen Erlebnisse verarbeiten. Ausreichend Schlaf sorgt außerdem für eine emotionale Stabilität, die du brauchst, um deinen Liebeskummer schnell zu besiegen. Falls du tatsächlich wach im Bett liegst und merkst, dass du ins Grübeln kommst, ist mit Willenkraft meistens wenig zu erreichen. Dann schreib die Dinge, die dich beschäftigen, auf. Das kann in Form eines Tagebuchs sein oder einfach auf einem Schmierpapier. Hauptsache sie spuken nicht mehr in deinem Kopf herum. Um dich während des Einschlafens von unerwünschten Gedanken abzulenken, eignen sich außerdem Hörbücher hervorragend. Während du in den Schlaf hinübergleitest, verfolgst du die Geschichte anstatt deiner Gedanken. Ich hoffe, dir hat unser Video gefallen und ich würde mich natürlich sehr über einen Klick auf den Abonnieren-Button freuen, damit du auch in Zukunft nichts mehr verpasst. Denke bitte auch an unseren kostenlosen Ex-Zurück-Test, dessen Link du unterhalb dieses Videos findest. Nach diesem Test können wir dir individuelle Strategien und Techniken an die Hand geben und deinen Erfolg auf eine Rückeroberung mehr als verdoppeln.